Hallo Kameramagier zu diesem Video. Ich möchte eigentlich nur ein kurzes Kanal-Update geben und dir sagen, es gibt eine Verlosung unten in der Beschreibung, weil wir jetzt die 2000er Marke geknackt haben und ich hoffe, ab jetzt geht es ein bisschen schneller. Und wie du vielleicht schon gesehen hast, darf ich jetzt diesen Kanal hier monetarisieren. Das bedeutet, du darfst hier Werbung gucken. Natürlich nicht auf allen Videos, weil ich finde, manche Videos sollten for free und schnell erreichbar bleiben. Aber es hilft mir, monetär ein bisschen was von der Zeit gut zu machen, die ich hier reinstecke, weil die ganzen Presets und kostenlosen Sachen, die bauen sich ja nicht von selbst. Und du kannst es unterstützen, indem du A, meine Produkte kaufst, also meinen Transition Pack oder meinen Audio Visualizer oder ihn gewinnst. Also ich habe, wie gesagt, unten eine Verlosung, die geht bis zum Dienstag, wo wir einen Livestream machen, wo wir den auch im Livestream die Gewinner ziehen. Ich freue mich auf euch und du kannst mich auch unterstützen, indem du mir jetzt super Chats zukommen lässt im Livestream. Ich bin noch am Austesten von dem Ganzen. Wie gesagt, ich bin relativ neu auf YouTube und ich fixe mich da noch weiter rein und ich habe Bock, weiter Livestreams zu machen. Und wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag. Da wir gerade so schön dabei sind, in die Zukunft zu gucken, freut euch auf meinen Videokurs, der ganz kostenlos hier auf YouTube erscheinen wird, in einer Videoserie über 3D-Infusion. Wir gehen da wirklich Schritt für Schritt ran über, wie baut man eine 3D-Szene, was braucht man dafür, Kamera-Animierung, Displacement, Camera-Projection, all den guten Stuff in einen stringenten Ablauf gebracht. Und wenn du Bock hast, bereits einen Blick in 3D-Displacement zu werfen, dann schau doch mal auf meiner Webseite. Da habe ich ein kostenloses Trainings-Preset für dich hochgeladen, was du dir einfach in Fusion reinziehen kannst. Und schon siehst du alles beschrieben, was 3D-Displacement macht. Aber keine Sorge, darauf gehen wir noch explizit ein. Falls du hier zum ersten Mal bist, Kameramagier, abonnier den Kanal. Denn die, die abonnieren, die bekommen Community-Posts angezeigt. Also sowas, wo ich Text schreibe. Aber das ist mein Weg, um euch schnell immer irgendwie zu updaten, wenn es denn Presets for free gibt. Deswegen schau doch mal in die Community-Posts und viel Spaß bei der Verlosung meiner Presets. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Kameramagier. Ciao!